Er hat gesagt, ihr sollt die Wahrheit erkennen und die Wahrheit soll euch freisetzen. Und unsere Mission im Leben ist, dass wir die Wahrheit erkennen und dass wir dann in der Freiheit wandeln, die die Wahrheit bringt. Und dieser Ort der Freiheit, das nennt die Bibel die Ruhe Gottes. Dort hat Gott alles bereitgestellt, dass alles, was er vorbereitet hat für uns, an diesem Ort der Ruhe, können wir das genießen. Ruhe bedeutet nicht, dass wir uns auf die faule Haut legen. Sondern Ruhe bedeutet, dass er alles schon getan hat, was zu getan werden muss. Und wir können daran einfach teilhaben. Amen. Halleluja. Glory be to God. So, I'm going to talk about the rest of God. So, also heute geht es um die Ruhe Gottes. The rest of God. Die Ruhe Gottes. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was die Ruhe Gottes eigentlich ist. Damit wir davon profitieren können, von all dem, was er für uns vorbereitet hat. Hebrews 4, from the verse number 1. Wir schauen uns Hebräer, Kapitel 4 an, Abfass 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. For unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. The verse number 3. Vers 3. For we which have believed, do enter into rest, as he said. As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the walks were finished from the foundation of the world. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, gleich wie wohl die Werke von Grundlegung der Welt angeworden waren. Amen. Also bevor wir jetzt da einsteigen und erklären, was die Ruhe Gottes bedeutet. There is a relationship between the love of God and the rest of God. Es gibt da eine Beziehung zwischen der Liebe Gottes und der Ruhe Gottes. Das Wort Liebe von dem Griechischen heißt dort Agapau. Das ist ein zweigeteiltes Wort. Und das besteht aus Aga und Pau. Aga heißt führen. Und Pau bedeutet Ruhe. Somit bedeutet die Agape-Liebe, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, Agape, nichts weiter als die Liebe, die in die Ruhe führt. Und somit hat uns Gott in seinen Frieden hineingeliebt. Wenn die Bibel also sagt, dass Gott uns geliebt hat, dann bedeutet das eigentlich im Kern, dass Gott uns in seine Ruhe hineingeführt hat. Und die Ruhe Gottes ist der Zustand in seiner Segnung, seiner Gesegnetheit. Gott ist nämlich gesegnet. Und er ist vollständig erfüllt. Gott ist in sich fundiert. Und der Zustand der Gottesfreude ist so beschrieben wie seine Ruhe. Und es gibt nichts, was Gott braucht von außen, damit er vollständig ist und in sich selber gesättigt ist. Denn das ist er alles schon. Und es ist Gottes Ziel, dass wir genauso werden. Und wenn Gott darüber spricht, dass er zur Ruhe gekommen ist, dann heißt das nicht, dass er jetzt ein bisschen sich verausgabt hat und schlafen muss. Das heißt nicht, dass er erschöpft ist. Dass er in Ruhe ist, heißt nichts weiter, als dass er zufrieden ist. Also was Gott über dich und mich sieht, was darauf beruht, auf dem vollendeten Werk Jesu Christi, das er für uns getan hat, an unserer Stelle, das ist zufriedenstellend für ihn. Die Bibel sagt, dass Gott nicht erschöpft wird. Er braucht niemals eine kleine Verschnaufpause. Er schläft nicht. Also in ihm Und in ihm ist also diese Zufriedenheit, die die Grundsatzvoraussetzung ist für jeden, der genießen will, was das Leben ist. Also brauchen wir ein neues Verständnis über die Ruhe Gottes. Das ist die Ruhe, in der er gesegnet ist. Also bevor der Herr, bevor Gott alles geschaffen hat, war er vollständig in sich selbst. Gott ist gesegnet. Denn das ist der Zustand seines Seins. Also er hat niemals etwas geschaffen, weil er einen Mangel, ein Bedürfnis hatte, einen Mangel hatte. Und er hat geschaffen, weil er gesegnet war. Und das sagt uns, dass wir geschaffen sind aus seinem Zustand der Gesegnetheit. Amen. Glory be to God. Und hier geht es jetzt darum, dass Gott uns an diesen Ort zurückbringt, den er schon vorhergesehen hat, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Und deswegen sagt er hier in Vers 1, fürchten wir uns nun nicht etwa, dass nicht etwa da eine Versuchung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch zurückgeblieben wird. Vers 2. Und in Vers 2 geht es weiter, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei jenen, die es hörten, nicht mit Glauben vermischt war. Amen. Also das Evangelium wurde gepredigt, jenen, denen. Und damit sind die Kinder Israel gemeint. Und das bedeutet, dass das Evangelium schon vor den Kindern Israel existierte. Amen. Das Evangelium existierte vor den Kindern Israel. Die Bibel sagt uns, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist zur Errettung. Amen. Und das sollte uns darauf hinstoßen, dass das Wort Gottes nicht das Wort Gottes, die Kraft Gottes enthält, sondern dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Und das sagt uns, dass das Evangelium nicht dann erst entstand, als es Errettung gab. Das Evangelium ist die Kraft Gottes hin zur Errettung, aber es kam nicht zustande durch die Errettung. Denn Gott war immer schon kraftvoll. Er war immer angefüllt mit Kraft. Bevor er irgendetwas geschaffen hat, bevor er den Grundstein der Welt gelegt hat, bevor er Adam geschaffen hat, da war er immer schon kraftvoll. Und das sagt uns, dass es das Evangelium gab, sogar vor der Schöpfung. Und das ist extrem wichtig, Volk Gottes, Denn wir neigen dazu immer, das Evangelium zu betrachten ab dem Sündenfall von Adam. Wir erzählen die Geschichte des Evangeliums immer ab dem Punkt, wo Adam gesündigt hat und das ganze Evangelium ist dazu da, um das wieder zurückzudrehen, was Adam angestellt hat. Aber wenn wir das Evangelium wirklich verstehen wollen und die Kraft Gottes wirklich verstehen wollen, dann müssen wir das Evangelium interpretieren aus dem Blickwinkel Gottes selbst. Amen. Denn das Evangelium hat seinen Ursprung in Gott. Also sagt Paulus, das Evangelium wurde uns gepredigt, dass auch jenen gepredigt worden ist. Und wenn wir uns noch eine andere Definition des Evangeliums anschauen, in 1. Korinther 15, Verse 1 bis 3, da nimmt Paulus Bezug auf die Tatsache, dass Jesus Christus gestorben ist, gebeerdigt worden ist und wieder auferstanden ist. Aber in der Offenbarung steht in Kapitel 13, Vers 8, dass das Lamm Gottes schon geschlachtet worden ist vor der Entstehung der Welt. also hat Jesus die Bedeutung des Evangeliums vorgezeigt. Und zwar in seinem Tod, in seiner Beerdigung und in seiner Auferstehung. Aber die wirkliche Bedeutung des Evangeliums kam aus Gott, bevor irgendetwas geschaffen worden ist. Also Gott in sich selber ist Liebe. Und als Liebe hat er eine Beziehung zu sich selber und zwar als Vater mit Sohn im Heiligen Geist. Denn Liebe kann niemals alleine operieren. Und bevor also irgendetwas geschaffen worden ist, da war Gott und zwar in seinem Zustand der Gesegnetheit. Und das ist jetzt das Besondere und zwar das Besondere in der Art und Weise, wie Paulus das Evangelium darlegt. Also Paulus nimmt uns ganz zurück an den Ursprung und zwar bevor irgendetwas geschaffen war. Und wir schauen uns an, wie Gott mit dem Menschen umgeht seit dem Fall des Menschen. Und da Jesus derjenige ist, der kam, um uns zu erretten, dann sagen wir, Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um uns von Sünde zu befreien. Aber da gab es ja noch einen Jesus, also wer war er, bevor wir eigentlich gefallen sind? Gab es ihn denn schon vor dem Fall? Also wir gebären Kinder, bevor sie in diese Welt hineintreten, da kannten sie uns nicht. Also sie kannten uns erst ab dem Punkt, wo sie aus dem Mutterleib rauskommen. Aber in ihrem Sinn? Also da denken wir, sie beginnen zu leben in dem Moment, wo sie geboren werden. Aber es gab ein Leben noch davor. Und das ist das, was wir wissen müssen. Und zwar wer Gott ist, bevor der Mensch überhaupt geschaffen worden ist. Wenn wir verstehen wollen, wer wir sind und was der Sinn auf unseres Lebens ist, dann müssen wir dahin zurückgehen, die Vorgeschichte dessen, vor unserem Leben. Schauen wir uns nochmal Hebräer 4 an, Vers 2. Ja, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nichts. das Wort der Verkündigung, das verkündigt worden ist. Also lasst uns mal genau da hinschauen, denn das ist der Kern heute. Da steht also, dass auch jenen das Evangelium verkündet worden ist. Aber dann sagt er, das Wort der Verkündigung, also nicht das Evangelium, das Wort, was verkündigt wird, nützte ihnen nichts. Also entsprechend, gemäß Paul ist das Evangelium das Wort. Und das Wort Wort ist im Griechischen das Wort Logos. Und das Wort Logos ist so interessant, denn wir denken immer, dass Logos das geschriebene Wort Gottes ist. Amen. Halleluja. But before there was any written word, before the Bible was printed, the word was. Denn bevor es überhaupt schriftliche Niederschriften gab, bevor die Bibel überhaupt das erste Mal gedruckt worden ist, gab es das Wort. Und deswegen steht im Johannes-Evangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort Logos. Was ist Logos? Logos bedeutet das Wissen Gottes um sich selber. das Wort Gottes über sich selbst. Das Wissen Gottes über sich selbst. Amen. Logos Logos zeigt den Vater. es offenbart, wer Gott ist. Und somit ist Jesus Christus der Sohn Gottes, der auch das Wort ist, ist derjenige, der in Ewigkeit zeigt, wer Gott eigentlich ist. Also was Gott über sich selber weiß, das wird offenbart in seinem Sohn. Und das ist das, was Gott, was Paulus als das Evangelium bezeichnet. Also das Evangelium ist das Evangelium ist also die Selbstoffenbarung Gottes in Christus. Und deswegen ist das Evangelium vor aller anderen Schöpfung, denn das Evangelium ist Gott, der offenbart wird im Sohn. Und hier steht also dann das Wort, was also die Selbstoffenbarung Gottes im Sohn ist, wurde ihnen verkündigt, nützte ihnen aber nichts. Und dann ist also jetzt die Frage, warum hat es ihnen nicht genutzt? Warum haben die Menschen das Wort Gottes gehört, das Evangelium gehört und es konnte ihnen nichts nützen? Weil das Evangelium eine Offenbarung des Vaters ist. Die Offenbarung dessen, wer er ist. Und das wurde verkündigt und es hat ihnen nicht genutzt. ganz einfach. Weil sie die Antwort ist einfach, weil sie selber nicht diese Beziehung herstellen könnten von Gott zum Sohn als ihres. das Evangelium das Evangelium ist die Offenbarung von Gottes selbst. Und wenn du also hörst, wer Gott ist und es hat er nicht genutzt, ist, dann liegt es daran, dass du nicht verstehst, dass Gott, der jetzt offenbart wird, nämlich, dass sein Selbst dasselbe ist, wie wer du bist. denn vor der, vor dem Ursprung der Welt hat Gott uns bereits in ihm vorselektiert, dass wir an seiner Segnung Anteil haben, dass wir als seine Söhne anerkannt werden, adoptiert werden. Und deswegen bedeutet das, dass wir nicht eine andere Identität haben, als von ihm. Und deswegen kommt die Zeit, wo Gott offenbaren wird, wer er ist, damit wir dann sehen können, wer wir sind, in der Offenbarung seiner Selbst. Und deswegen sagt er, das Evangelium wurde gepredigt und es hat nicht genutzt. Also die Menschen konnten daran keinen Profit daraus für sich ziehen. Denn es war nicht vermischt mit dem Glauben. Amen. Und zwar es wurde nicht gemischt mit Glauben bei denen, die es gehört haben. Damit wir das verstehen, müssen wir verstehen, was Glauben ist. Glauben ist. Wir sehen das immer so normalerweise, dass Glaube eine Handlung ist, die wir auf unserer Seite tun, was dann eine Handlung Gottes zur Folge hat. Und wir tun etwas und dann antwortet Gott durch eine Tat seinerseits. Also ich sehe einen Samen und Gott segnet mich. Ich tue dies und Gott antwortet. Das ist nicht Glaube. Das heißt, wenn du an dem Anteil hast und davon profitierst, an dem, was Gott ist, bedeutet das nichts anderes, dass der Glaube ein Resultat ist und nicht eine Bedingung. Es ist also nicht die Bedingung, dass Gott irgendwie reagiert. also es ist nämlich ein Ergebnis dessen, was Gott für dich getan hat, damit es dir Profit bringt. Also wenn wir wissen, was Gott getan hat, wenn wir wissen, womit er uns gesegnet hat, dann gibt es keine Bedingung, damit wir an dieser Segnung teilhaben können. Sondern wir erkennen an, was wir über ihn wissen. Und das ist wieder das, was Paulus das Evangelium nennt. Bedeutet also, dass Glaube bedeutet, dass wir anerkennen, dass was in Jesus Christus ist, auch in uns ist. Alles, was in Christus ist, ist auch in uns. Also vergesst nicht, dass Jesus das Logos ist, also das Wort. Und Logos ist die Offenbarung des Selbst des Vaters. Also was Jesus Christus über den Vater hervorbringt, ist dasselbe, was über uns wahr ist. Also Glaube ist die Anerkennung dessen, die Anerkennung, dass alles das, was in Christus ist, auch in mir ist. Amen. Also heute wird das Evangelium verkündet. Warum erfahren wir dann nicht die Kraft, die das Evangelium enthält? Denn die Bibel sagt, dass dir das Evangelium die Kraft Gottes ist zur Errettung. Um dich wovon zu erretten? Wovon rettet dich das Evangelium. Im Matthäus Evangelium steht, dass Jesus kam, uns von der Sünde zu befreien. Und Sünde ist im Kern unsere missverstandene Identität, also das Missverstehen dessen, wer wir eigentlich sind. Also Jesus kam, um zu offenbaren, kam um zu Offenbarung das wahre Bild, was du und ich sind. Und das ist auch wieder der Inhalt des Evangeliums. Und wenn es dann also gepredigt wird, dann ist es unsere Aufgabe, es anzuerkennen als unseres, das heißt die Aussage, dass die wahr ist über uns. Und das ist die Kraft Gottes. Denn es rettet uns von unserem Fehler. Nämlich der Fehler ist unser Missverständnis, unsere Fehlwahrnehmung. Also das heißt der Glaube, die Reaktion auf das, was Gott ist. Und das funktioniert indem der Glaube eine Anerkennung ist dessen, was Gott ist. Also es ist nicht in dem anderen Sinn eine Reaktion. Es ist eine Anerkennung. Also wir erkennen das an, was ist. Denn der Punkt, auf den wir unseren Glauben richten sollen, das ist das Evangelium. Und der Inhalt des Evangeliums ist Logos. Logos ist das Selbstwissen Gottes. Also wenn dann Gott vorgezeigt wird aus dem Evangelium, dann sind wir dazu berufen, ausgerufen, aufgerufen anzuerkennen. Mit anderen Worten, wer wir sind, ist in Gott. Glück zu Gott. Und das ist dann das, was uns an diesen Ort der Ruhe bringt. Gott hat uns geliebt, indem er uns an den Ort der Ruhe gebracht hat. An dem Ort wissen wir, wer wir sind. In dem Maße, wie wir sehen, wer er ist. Also vergesst nicht, dass in dem Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott, und das Wort durch das Wort gemacht. Das heißt, alles ist in diesem Logos. also die ganze Welt war durch das Logos erzeugt. Und somit ist Logos nicht nur eine Offenbarung, dessen wer du bist, sondern auch was die Welt ist. das Logos ist das, was die Welt zusammenhält. Also deine Interpretation der Welt sollte dementsprechend entsprechend des Logos sein. Denn wenn du dich falsch siehst, dann siehst du auch die Welt um dich herum gemäß deiner Fehlinterpretation deiner selbst. Lass mich ein Beispiel nennen. Im vierten Buch Mose da wurden dann lesen wir, dass zwölf Spione ausgeschickt wurden, das Heilige Land auszukundschaften und zehn sind zurückgekommen und sie sagten, die Leute dort im Land Kanaan sind Riesen und das Land verschlingt die Bewohner. Also da steht dann im vierten Buch Mose haben haben diese zehn Spione sich gesehen wie Grashüpfer in Relation zu den Bewohnern des Landes. Es war also aber sehen hier, ihr Blickwinkel nicht nur auf sich bezogen war, sondern auch in Bezug auf das Land. Wenn wir also die Welt um uns herum betrachten, dann sind wir frustriert, dann sind wir entmutigt, haben wir Angst, machen wir uns sorgen. Es ist also nicht, weil da wirklich ein Problem ist um dich herum. Das wirkliche Problem ist, in Wirklichkeit interpretierst du die Welt auf diese Art und Weise, weil deine Interpretation deiner selbst so ist. Amen? Weil wenn die Interpretation von wer ist verändert, dann wird die Welt um dich anders sehen. Du wirst nicht durch Angst oder frustriert, oder Schwierigkeiten, weil du wirst sehen von den Logos und die Logos enthält den Welt in himself. Amen? Und so wirst es sehen wie es normal ist. Wenn deine eigene Wahrnehmung über dich selber sich ändert, dann fängst du auch an die Welt um dich herum anders zu sehen, also nicht mehr aus dem Blickwinkel der Angst oder der Sorgen, denn dann schaust du die Welt an aus dem Blickwinkel des Logos, was alles enthält. Und das ist wahre Errettung. Als Jesus gestorben ist, ist er nicht als eine Einzelperson gestorben. da ist er nämlich den Tod von allen gestorben. Als Jesus starb, ist er nicht nur für die Menschheit gestorben, sondern er ist mit dem gesamten Weltall, mit dem gesamten Kosmos gestorben. Gott ist gefallen durch den Sturz Adams. Also als der Mensch gefallen ist, ist auch seine Welt mit ihm gefallen. Denn was die Welt hier um uns herum ist, es entspricht dem, was du bist. Die Bedingungen, die du erzeugst um dich herum, ist ein Resultat im Kern deiner Wahrnehmung dessen, wer du bist. Also als Jesus Christus den Menschen erlöst hat, hat er auch die Welt erlöst. Denn in ihm war nicht nur der Mensch, sondern die ganze Welt. deswegen du und ich, die wir uns Gläubige nennen, da sagt die Bibel, du und ich, wir sind in seine Ruhe eingetreten. Wir sind in seine Ruhe eingetreten. Wir sind in einen Zustand der Befriedigung gekommen. Wir sind in einen Zustand der Freude eingetreten. Aber ist das das, wie wir die Welt um uns herum interpretieren? Dann schaut euch noch mal an, was in Hebräer 4 4 steht. Vers 3 Da steht nämlich, dass die, die wir glauben, in seine Ruhe eingehen. So wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, wie wohl die Werke von Grundlegung der Welt angeworden waren. Also da steht die wir, die wir in seine Ruhe eingekehrt sind. Weil wir geglaubt haben. Was haben wir geglaubt? Wir haben dem Wort geglaubt. Wir haben der Offenbarung geglaubt, wer der Vater ist. Weil der Vater redet den Sonn und der Sonn redet den Vater. So in Christ wurden als Sons adoptiert. So unsere Position bevor der Vater today ist der Sonn. So wer ist wer der Vater ist. Wenn wir glauben dass wir in sein Rest. Denn der Vater erzeugt vom Sohn und der Sohn vom Vater. Und wenn wir daran teilhaben, dann kriegen wir den Geist der Sohnschaft und damit gehen wir ein in seine Ruhe. Also die Ruhe Gottes ist also nicht erst erzeugt worden nach dem Sündenfall. Die gab es schon vor dem Fall des Menschen. Also die Bibel sagt als der Mensch geschaffen worden ist am sechsten Tag oder nach dem sechsten Tag hat Gott geruht. Und der Sündenfall kam nach dieser Ruhe. Also somit ist die Ruhe Gottes ein Zustand des Sinnes Gottes. Deswegen steht hier wie wohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren. Also hier steht die Werke waren geworden also im Sinne von fertig gewesen von Grundlegung der Welt an. Das Wort für Grund Fundament ist Kataballo und das meint das Over True die Über Ah die Nieder Ruf Ah okay der Fall Also vor dem Fall waren die Werke schon beendet. Also wenn das Werk vollendet war dann hat Gott schon geruht vor dem Fall Adams und vor der Grundlegung der Welt. Also Jesus Christus kam nicht um uns dahin zurückzubringen wo Adam mal war. Nein 9999 You see this is where Christianity is. This is how you know the problem why we can't really understand or witness the power of God is because we are interpreting the works of God or in other words let me look let me put it this way we are interpreting the person of Jesus from the fall Christ being interpreted from the fall will not profit you because you will look at him only from the perspective of redeeming you from sin but Christ existed before the fall and before the foundation of the world before the fall God establishes us in Christ Amen and so Jesus Christ came so that he may bring us back to that place before the foundation of the world that is where we are today und das übliche die übliche Position vom Christentum ist einfach die dass wir sagen okay da gab es irgendwann mal Adam der gefallen ist und Jesus ist ja gekommen als Reaktion auf diesen Sündenfall und deswegen reicht der Bezugsrahmen nur zurück dass uns Jesus von unseren Sünden erlöst und wieder an diese Stelle von Adam bringt Wir wissen wir wissen dass Jesus vorher schon existiert hat und dass all diese Dinge schon vorher geplant und bereit waren und deswegen wenn wir dann weiter gucken ist es so dass uns Jesus der ganze Plan existierte vorher schon das heißt Jesus bringt uns nicht nur zu Adam zurück sondern bis ganz zum Anfang und das ist wirklich eine gute Nachricht das ist wirklich eine gute Botschaft der Vater hat dich immer schon geliebt der Vater hat dich immer schon gesegnet der Vater hat dich immer schon gegründet er hat dich immer schon angenommen wir waren vorher selektiert in Christus bevor wir in Adam gefallen sind Ehre sei dem Herrn Gott actually has restored us to the initial position that he thought of us before we fell hallelujah this is good news and and miss miss verständnis is there that we said the christian today the thema interpretiert that jesus christus nicht gottes plan b is da is was schief gelaufen and then said jesus you must do you must me aus this verzweifelten verzwickten lage jetzt mal raushelfen gott ist kein mensch sagt jemandem gott ist kein mensch alles was er tut ist perfekt und er hat seine werke perfekt gemacht und zwar bevor es eine störung in Adam gab und der wirkliche plan gottes bezüglich dich und mich ist uns neu zu definieren oder zu definieren und zwar uns in christus zu definieren und nicht neu und deswegen warst du immer schon geliebt du bist immer schon geliebt gewesen jesus ist nicht gekommen um den vater dazu bewegen dich noch mal zu lieben das ist die gute nachricht er ist nicht zum vater gekommen er gesagt bitte gib ihnen noch eine chance lieb sie doch noch mal nein da kam so we will see the father as he is because he reveals the father so when we see the love of the father for us in christ we are reconciled back to god so the walk of the cross was not to condition god to accept us was not to condition god to love us no god has accepted us god has loved us god is satisfied with us before we were created so jesus christ came so that your eyes would be open so that you will see god as he is and in seeing god you will see who you are this is the gospel and this is what the bible refers to as the power of god when you hold on to the power of god i tell you you will be powerful und das ist also die Kraft Gottes des Evangelium dass jesus christus gekommen ist nicht gekommen ist um das alles wieder gut zu machen was adam gemacht hat sondern er kam um uns die augen zu öffnen über unsere wahre identität und die tatsache dass Gott uns immer schon geliebt hat und dass er immer schon diesen plan für uns gehabt hat und wie gesagt das ist die Kraft Gottes die Kraft Gottes das ist Christus im ersten Korinther 1 Vers 24 heißt es dass Gott immer schon kraftvoll gewesen ist Amen Ehre sei dem Herrn Danke Vater also wenn das Evangelium gepredigt wird dann wird die Offenbarung dessen wer Gott ist uns zeigen wer wir sind und dann gehen wir in den Ort der Ruhe ein die Welt ist gar nicht so schlimm wie er das denkt es geht es ist deine Gedanken über die Welt es ist deine Interpretation die Interpretation des Vaters ist es gut ist er sagt es ist sehr gut schaut euch die Nachrichten mal so an wenn du die Gutheit dieser Welt genießen möchtest dann musst du gehorsam sein und zwar gehorsam dessen über dem Wort was Gott sagt wer du bist lebe nicht so wie die Welt lebt sie sehen alles dunkel und sie sind frustriert und pessimistisch nichts funktioniert es geht immer nur um Konflikte wie geht es dir ja ich hänge da so drin wer hat dir das gesagt so wie Gott damals zu Adam gesagt wer hat dir das gesagt wer hat dir gesagt dass du nackt bist wer hat dir gesagt dass die dinge schwierig sind hat Gott das gesagt wer hat dir das gesagt also lasst uns auf das hören was Gott sagt alles ist gut hat er gesagt deswegen ist das evangelium die gute nachricht du bist kraftvoll du bist wunderbar du bist gesegnet du bist gegründet du bist voll 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 und wenn du das anerkennst dann fängst du an in der kraft dessen zu wandeln Ehre sei dem Herrn also das evangelium was gepredigt wird und das denen gepredigt worden ist das kann uns allen profitieren profit bringen denn wir werden es mit glauben mischen denn diese formel bringt uns in die ruhe gottes lasst uns aufstehen halleluja